nach einer gewissen pause ist jetzt podcasten meine kerle glaube ich wieder ich weiß nicht also johann hauke sagt man was ich bin mir nicht sicher ob die technik ist ja hallo micha und hallo hauke hallo johann und kriegen wir schon gleich genug ich muss euch natürlich auch hören gerade mein monitoring aus jetzt höre ich euch wieder dann sind wir doch mal durch 1 2 3 mit der original getreuen tux flash stimmt die habt ihr verpasst bis auf die paar wenigen die sich so ein ding geholt haben ach nein stimmt ja gar nicht das ist ja die sonne edition die könnt ihr euch gar nicht geholt haben die die wir eigentlich nicht in der kamera halten wollten weil eigentlich die die ist ganz speziell gewesen das ist ja so läuft das genau ja das immer wieder wir haben kurze pause gemacht also den letzten haben wir ausgelassen weil wir ja uns glaube ein bisschen erholen mussten von allen war ja auch feiertag stimmt das kam ja noch logistisch dazu wir hatten insofern noch eine ausrede obendrauf ja sagen wir einfach es lag nur am feiertag nicht an uns nie wir können ja noch eine andere ausrede also bei mir war ja zu dem zeitpunkt die heizung nicht funktionsfähig ich habe auch an dem tag nicht gestreamt weil es einfach zu kalt war also es wäre so oder so nicht sucht euch die ausrede aus mit ihr am besten leben könnt aber viel wichtiger jetzt sind wir wieder da mit neuer energie an einem wunderschönen abend und ja schön dass ihr dabei seid auf jeden fall stimmt natürlich an alle die jetzt gerade zugucken in nord und süden osten westen und überhaupt oder die das hinterher aus einer konserve genießen ihr seid natürlich alle gegrüßt ja lange ist es her ja was haben wir denn heute habt ihr tolle sachen euch ausgesucht also ein bisschen ich muss nebenbei noch ein bisschen wieder die technik bändigen aber es müsste passen immer immer diese technik ja also ich hätte so ein so ein konkurrenz thema was aber glaube ich große schlagzeilen auf jeden fall gerade macht konkurrenz naja von dieser firma mit den blauen fenstern ach so ja das recall abkürzung für record all ist hätte ich hätte ich nicht ihr müsst es ja nur mal vor vor einem geistigen auge schreiben und dann einfach zwischen rec und all ins leerzeichen machen dann wird aus recall record all stimmt ich habe die abkürzung sogar letztens gesehen und ich dachte mir ist es ein scherz ich weiß es nicht mir ist es nur kann sein letztens aufgefallen mir dachte das kann doch kein zufall sein und wenn ja dann ein ziemlich gemeiner keine ahnung ich dachte eigentlich ja an diesen film der total recall ja ja das kommt ja noch dazu jetzt ist die frage der original oder der das remake von wann ist denn das remake ich sehe jetzt gerade 2012 gab es einen ist es jetzt das original oder das ist das remake das original war ja irgendwo in der 80er mit mit arnold schwarzenegger und das remake war colin oh gott wie ist er denn nee nicht colin farrell colin echt colin farrell also die version von 2012 ja okay nee dann habe ich das mit dem anderen ich dachte ein anderer colin ist ein comedian nee dann ist das colin farrell auf jeden fall 2012 ist das remake sehr cool ja nee habt ihr aus dem mit dem recall feature so ein bisschen was mitbekommen ich habe jetzt heute mal noch mal was durchgelesen und so richtig ich sag mal transparent ist da microsoft anscheinend noch nicht also das wurde anscheinend eher so von usern rausgefunden dass da wohl so ein feature namens recall nun drin ist und aktiv ist in dem seit dem letzten windows 11 update kopf h2 oder so ist das und aber ja microsoft hält sich da sehr bedeckt und riskiert damit eigentlich schon ein ein nächsten shitstorm wenn man so möchte es gab ja einen riesen aufschrei als es damals vorgestellt wurde also es macht am ende ja screenshots von eurem rechner und eine ki bewertet das dann sozusagen und dann könnt ihr die ki fragen hey öffne mir die datei die ich vor zwei wochen in dem und dem kontext gehabt habe sowas beispielsweise und ja tatsächlich hat dann microsoft gesagt nee 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 dann nee so kommt das dann doch nicht also es hat dann doch einen großen shitstorm gegeben weil es halt sollte halt komplett ich glaube auch nicht ausstellbar sein sozusagen und anscheinend ist es das gerade genau das was microsoft eigentlich dementiert hat so nee kommt nicht und es sieht wohl gerade danach so aus als ob das alles doch so kommt wie ursprünglich mal angekündigt und ja die windows nutzer sind nicht begeistert bekomme ich so mit also ich hatte jetzt alleine zwei leute schon wieder im support heute die mich dann auf das thema angesprochen haben und ich so ja ja dann ist das wohl so na also wir linux user sind da glaube ich ja super entspannt damit aber ja ist nach wie vor natürlich mal wieder ein unding von microsoft was sie dann da versuchen ja an den mann zu bringen ohne dass man es haben möchte ich wollte sagen es nimmt schon fast canonical auszüge an aber das ist ja noch mal eine andere geschichte aber wo wolltest du jetzt mit der konkurrenz sind ist das dein konkurrenz thema ja ja na also genau na windows ist der konkurrent zu linux sozusagen also ich dachte ja schaffen sich ihre konkurrenz selber damit ja schon ne also es hört sich blöd an nein also freuen tue ich mich nicht aber mehr leute erwägen dann doch ich sag mal den gedanken ob ihr aktuelles betriebssystem dann in der hinsicht dann doch vielleicht noch das richtige gerade ist oder ob sie vielleicht dann auf eine umstellung dann hin achten und was ich so an den schlagzeilen auch überschlagen habe in anführungszeichen dass ich mal so durchgescannt habe ich glaube heise hat heute einen artikel rausgebracht wo es dann auch in die richtung ging so hey mac und linux sind die alternative sozusagen ob mac am ende wirklich die alternative ist ich glaube darüber können wir glaube ich gut streiten aber ja es wird ich glaube immer ungemütlicher für den linux für den windows nutzer dazu kommt ja der online zwang für die für die konten kannst du zwar mit ein paar tricks ausschalten aber trotzdem na also microsoft macht es einem immer leichter in gewisser weise auf linux zu wechseln beziehungsweise sich über alternativen nach zu überdenken aber ich habe das gefühl und ihr seid ja schon ein bisschen länger in dem game drin ich habe das gefühl alle fünf jahre sprechen wir genau über so ein ding was microsoft mal wieder verzapft hat und dann sagen wir so ja jetzt kommen aber einige nach linux rüber oder zu linux rüber aber anscheinend ich denke die größte masse wird es auch wieder einfach hinnehmen so ist jedenfalls meine prognose auch wenn natürlich wieder viele rüber wechseln werden also aber ja was ist da eure euer tipp sage ich mal also aus der vergangenheit insofern gelernt microsoft hat es immer geschafft abhängigkeiten aufzubauen und die auch wirklich über jahrzehnte zu halten egal was für ein mist gelaufen ist die leute sind auch so so leidensfähig eigentlich du kannst mehr oder weniger vorwerfen was du willst es ist kann der größte scheiß sein also was die leute aufgeschrien haben mit windows 8 als da diese kacheln kamen und so wie furchtbar aber mehr als eine aufschrei kam der ja nun nicht also die die große herde ist ja dabei geblieben und hat denn dem schäfer einfach weiterhin getraut und ist hinterher gelaufen dann ist das halt so wir haben ja eh keine möglichkeit was anderes zu tun und damit denke ich wird es jetzt auch ähnlich sein also der große teil wird es einfach ignorieren der liest sowas ja überhaupt nicht also die kriegen das überhaupt nicht mit ist den also nicht bewusst und selbst wenn es bewusst ist dann kommt dann wieder so einer für diese standardsprüchen das ist ja schon immer so gewesen die anderen machen das ja auch und ach meine ist ja egal was mit meinen daten machen andere haben die daten ja auch schon und diese diese ganzen ausreden die denn da immer so gebets mühlen artig kommen das ist eigentlich jedes mal wieder dasselbe also oder oder wenn du andere mal auf solche sachen ansprichst wisst ihr überhaupt was mit euren daten passiert und eigentlich ihr habt ein interesse daran dass er die vielleicht geheim haltet und mit sehr wenig aufwand könnt ihr das abstellen und nach einer gewissen zeit sogar ordentlich geld damit sparen dass er keine cloud angebote hier nimmt von xy sondern das selbst macht und wenn bei denen das rechenzentrum abbrennt oder irgendwas anderes passiert habt ihr es bei euch und also das ist ach ja die anderen machen das doch auch so ja ja die fallen ja auch regelmäßig mit sowas rein ja auch nö also so ungefähr ist es ich habe das gefühl dass es nicht unbedingt also die solche leute sagen natürlich genau sowas aber ich glaube es ist eher so eine verteidigungshaltung und am ende glaube ich haben sie einfach entweder nicht die zeit nicht die lust sich mit dem thema auseinanderzusetzen finden das aber wahrscheinlich insgeheim schon nicht cool weil wer findet schon cool dass da alles überall ja dann irgendwo liegt sagen wir es mal so und von daher ich glaube es ist auch wieder so eine sache ja die leute haben halt einfach nicht die zeit den fokus die lust sich damit weiter auseinanderzusetzen sondern wollen einfach nur ja ihren arbeitsalltag rumbringen und das kann ich auch zum gewissen zum gewissen part verstehen aber ja nicht dass du trotz änderts natürlich nichts daran dass ja ich würde mal sagen datenschutz hin und her es ist auch ein riesen riesen thema mein hauptsächlicher grund warum ich auf linux bin ist ganz einfach die freiheit dann wieder zu haben dass ich dann genau mein system so konfigurieren kann wie es möchte und das hat man ja unter windows nicht also wenn ich das auch wieder aber witzig ich habe das heute mal so ein bisschen verfolgt haben dann welche leute gemeint ja wir haben das so gewisse weise so ein bisschen durch blut voraus herausgefunden weil du kannst du in das system nicht reinschauen ja man kann nicht sehen was macht denn dieser service genau kannst du nicht bei linux denke ich mir so ich komme natürlich aus der linux welt denke ich mir so ja warum schaut er nicht in die datei so nach motto so ja beziehungsweise in die in die quelle aber dann die source dann gibt es ja nicht und das fand ich ja ist auch mal wieder so ein fakt der mich immer wieder kalt erwischt sage ich mal ja weiß ich nicht das ist das geschäftsprinzip was die schon immer gemacht hat ja klar aber also für mich für mich ist so selbstverständlich mittlerweile dass ich eigentlich ganz genau sehen kann was die software eigentlich macht und ja irgendwie man muss ja auch sagen microsoft hat sich die jahre oder seit den anfängen ja ein image erstellt mit dem sie noch hausieren können so das geht so ein bisschen in die richtung man sagt doch im fast jargon to big to fail also wir sind microsoft was kann bei uns schon schiefgehen und regelmäßig lesen wir ja das update hat dann dazu geführt ich sag nur letztes großes microsoft update mit verbindung mit crowd strike das musste ich ganz ganz tief in mich gehen um nicht unseren witz draus zu machen deswegen ja was was kann schon schiefgehen ja einiges und dann akzeptiert man es halt weil der menschheit so ein bisschen drauf gepolt ist er ist so einfach wie möglich zu haben und man hat immer noch so das ding computer ist das wo dieses betriebssystem mit dem komischen fenster unten in der ecke als symbol ist und alles andere wird im besten fall wenn man gut ich kenne kein aktuelles beispiel ich bin ja auch schon ein bisschen aus der schulzeit raus aber bei uns war so im besten fall ja dann gibt es doch das was was apple macht und linux wurde mal so angeschnitten als erwähnung aber mehr auch nicht also irgendwie habe ich es gerade in irgendeinem chat gesehen wenn die dinger nicht mit linux auf den markt kommen als geräte wird sich kaum einer kaufen das problem ist ja es gibt ja durchaus den hardware markt dafür nur der ist ja im vergleich zu normalen in anführungszeichen consumer geräten steht ja in keinem verhältnis also da sehen die leute oh das kostet 300 euro mehr dafür läuft aber auch linux auf und du hast einen gewissen support dass immer dieses diese linux der situation drauf laufen wird das sehen die leute nicht die sehen nur den preisunterschied microsoft hat sich bei herstellern so weit eingekauft dass jede lizenz dort so subventioniert ist dass es gar nicht mehr ins gewicht fällt also wirst du halt ganz schlecht an die leute kommen und so wie du es schon anfänglich sagst alle fünf jahren drehen wir uns im kreis und denken uns mensch dieses jahr wird der jahr des linux desktops weil microsoft macht mal wieder microsoft sachen so wird es irgendwo wieder drauf rauskommen also so ein bisschen drehen wir uns im kreis da reicht halt oder da hilft nichts anderes außer pionier arbeit zu leisten und das machen wir ja eigentlich hier unter anderem mit dem podcast mit den youtube kanälen mit den twitch streams und so weiter und so fort von daher ja ich denke steter tropfen hüllt den stein ne sagen wir es mal so und ja ich meine ich weiß nicht marcel glaub ich hat's geschrieben im chat was wir auch aufgegriffen hast das ist ja eigentlich genau dieser knackpunkt solange linux nicht vorinstalliert ist auch den geräten drehen wir uns im kreis in anfangs zeichen also ich glaube aber dass es halt eben ganz klar einfach seine zeit braucht und ich für mich ist es auch okay hört sich blöd an wenn ich alle linux nutzen schön wäre es natürlich wenn viel mehr leute linux nutzen ich denke das kommt auch mit der zeit aber meine güte solange mir in anfangs zeichen gut geht passt es anderer punkt behörden nächster punkt aber naja so ist es eben war das stichwort behörden jetzt eine elegante überleitung zu einem weiteren thema ist mir tatsächlich während das nicht gesagt habe auch aufgefallen von daher sehr sehr gerne ja aber bevor wir den ball spielen würde ich sagen du hast recht steht da tropfen höbel den stein mal hat es ja gesehen also linux desktop anteil ist jetzt so bei vier komma irgendwas was ja noch vor vielen jahren deutlich deutlich weniger war genau aber zu behörden wollten wir ich weiß jetzt nicht in welche richtung ihr behörden technisch reingehen wollt wolltet ihr open desk oder in welcher richtung wolltet ihr hätte ich jetzt gedacht ist ja auch quasi top aktuell oder jedenfalls wenn man dem linux news de artikel folgen möchte das nämlich von heute vom 17 oktober open desk 1 0 ist offiziell freigegeben hey habt ihr schon ausprobiert nein weil ich kein kubanit cluster habe ist übrigens ein kritikpunkt den ich dann noch angehen möchte aber das das ist nicht nur open desk aber ja ich habe tatsächlich vor open desk demnächst ausprobieren schon also habe damit heute auch schon mit verschiedenen leuten drüber gesprochen und das ding steht langsam in den startlöchern dass ich das einfach mal ausprobieren und dann schauen wir mal weiter was ist euer erster eindruck von dem ding sieht auf jeden fall gut aus ist gut konzipiert aber wie siehst du denn das ding ist ist ja quasi so ein konkurrenzprodukt zum libre workspace muss man ja so sagen da musst du dich doch recht fühlst du dich bedroht oder wie kann man es wie kann man es jetzt besser ausdrücken ich fühle mich nicht bedroht und ich sehe es auch nicht als konkurrenz denn open desk ist eher für behörden sagen wir es mal so also eher dafür konzipiert erst mal läuft auf dem kubernetes cluster und alleine vor allen dingen das zweite punkt glaube ich der spricht eine zielgruppe an die ich erst mal vorrangig mit dem libre workspace gar nicht erreichen möchte mit dem libre workspace möchte ich kleine und mittelständische unternehmen erreichen und privatpersonen und genau in der hinsicht tatsächlich sie nutzen ja viele elemente die wir auch nutzen also juni wenn die next cloud element kollaborer sind so die stichworte als identity management nutzen die uni menschen wir nutzen samba beispielsweise und dann haben wir noch mal ein paar sachen wie x wiki tatsächlich habe ich mir auch überlegt dann kommt eventuell auch ein modul für x wiki bei uns raus also suchen wir sowieso noch eigentlich eine gescheite wiki software wir haben das schon verschiedene sachen auch bei verschiedenen leuten im einsatz aber ja was nimmt man dann am ende und von daher sie ist gar nicht als konkurrenz aber tatsächlich hatte ich heute genau schon dieses gespräch in ähnlicher art und weise und ja ich würde sagen es spricht eine andere zielgruppe an und am ende hilft es ja beiden projekten sagen muss man so also vor allen dingen ich glaube dem libre workspace hilft es mehr als zendes dass die pro workspace existiert denn diese konto komponenten sind ähneln sich ja sehr zu denen von dem die pro workspace und dadurch erreichen die ja noch mal eine höhere verbreitung das heißt das fließt ja auch wieder gewisser weise in die projekte zurück wovon ja auch am ende wieder alle profitieren von daher würde ich sagen nee absolut nicht und ich bin sehr gespannt darauf das mal auszuprobieren und eventuell kann man da dann doch gut von lernen und mal schauen also ich bin da dem komplett neugierig auch aufgeschlossen muss ich sagen also ich freue mich darauf okay interessant also hätte ich jetzt nicht gedacht weil im endeffekt möchtest du ja quasi dasselbe umsetzen nur für eine andere zielgruppe es ist eine digitale souveränität was du den leuten anbietest ja aber ich verkaufe ja auch die digitale souveränität dass ich nicht der einzige bin oder dass wir nicht das einzige projekt sind so nur hier erlangt ihr das sondern wir wären ja auch ganz offen damit hey ihr könnt dann relativ einfach zwischen verschiedenen vor allem dienstleistern hin und her wechseln und so weiter genau diesen vendor login den ja andere haben den wollen wir ja nicht schaffen und genau das wollen wir aufbrechen und von daher würde es ja auch gegen unsere philosophie sein wenn wir sagen würden ja nee da schließen wir als komplett dagegen das macht ja keinen sinn und von daher bin ich da sehr gespannt und wer weiß was aus den beiden projekten noch wird und ja ich sehe da einer sehr coolen zukunft entgegen und ich habe selber auch noch keine ahnung oder noch keinen riecher bis jetzt in welche richtungen das laufen wird also vielleicht ihr oder was ist euer erster eindruck euer erster gedanke vielleicht auch zu dem ding ja also open desk hat ja insofern eine gewisse vergangenheit die sind ja aus dieser data port lösung und da die phoenix jude raus gekommen also aus dem aus der asche ist noch mal was neues irgendwie rausgekommen das ist ja nicht so gut gelaufen da wurde wohl ziemlich viel geld auch verbrannt und es ist hinterher nichts sinnvolles rausgekommen und die interpretation von data port und open source war doch interessant vor allem bei den wichtigen teilen wo es denn darum ging um installation und monitoring das wollten die ja nicht rausgeben unter anderem auch mit der begründung dabei naja wenn wir unsere installationsskripte raus geben das wäre ein sicherheitsrisiko und da ist insofern relativ viel geld zu data port hingeflossen aber zu den einzelnen projekten wo darauf es aufbaut ist wohl wenig zurückgegeben worden von daher hoffe ich dass der open desk unter der führung von dem zendes deutlich besser läuft dass die wissen was open source bedeutet dass es nicht einfach heißt wir nehmen einfach mal das ganze zeugster für uns verpacken das und schließen das weg sondern dass es auch wirklich in beide seiten läuft so dass wirklich da ein gemeinsames lernen oder verbessern draus kommt wobei open desk und sendes ja mit einem viel geringeren betrag auskommen muss um dasselbe zu leisten und von daher im artikel steht auch noch das b1 systems koordiniert services und wartung übernimmt also das machen die beim zendes nicht selbst und von daher ich glaube es ist auf jeden fall die deutlich bessere richtung in die das ganze geht also leute die sich damit auskennen denn data port open source linux das passt nicht unbedingt zusammen und von daher klingt das erst mal besser also von daher vorsichtig optimistisch mit daumen drücken dabei dass es was wird denn es ist eine sache die uns quasi allen hilft also nicht bloß uns interessierten linux benutzern oder so weiter sondern auch vielleicht wirklich was wird was auch in der verwaltung groß verwendet werden kann um diese abhängigkeiten die es ja gibt doch ein bisschen aufzubrechen oder auch die lizenzkosten die ja wieder sehr horrend dieses mal waren dazu ein bisschen zu reduzieren weiß jemand von euch noch wie viel das war was denn genau an die die lizenzkosten die jetzt der bund dieses jahr überweisen musste an microsoft auricle und achso vm wer waren die auch mit dabei das war irgendwie so drei große das ging um milliarden meine ich ja also wahrscheinlich also was je nachdem wie viele rechner die haben oder cpu kurs wird er dann häufig auf so einer ebene abgerechnet ist das schon einiges weil was ist jemand im chat gerade ansonsten hätte ich die zahlen für open desk und das send ist insgesamt im laufenden jahr wird die bundesregierung also ich zitiere heiße dem zendes rund zehn millionen euro bereitstellen in den vorjahren hat der bund bereits rund 35 millionen euro in entwicklung gesteckt also es ist schon enorm viel kohle da und wisst ihr was ich mir immer denke bei solchen summen warum habe ich die hälfte genau gibt mir die hälfte also genau gibt mir den auftrag ich mache es euch für die hälfte aber ja es ist schon cool kannst du einfach mal irgendwo anrufen und sagen ja übrigens ich mache es auch für die hälfte mal gucken also es könnte ein interessantes gespräch werden oder ein relativ kurzes ich tippe ja auf kurz aber ich auch ja versuche es es wert es ist ja nur ein erster gedanke und die sache ist wir sehen nur die wir sehen nur die spitze des eisbergs ne wir sehen dann das fertige ding wir sehen die fertige oberfläche die anscheinend auch echt cool aussieht ähm wir sehen aber nicht was alles bis dahin nötig war und das dahinter ähm von daher ja lässt sich das immer sehr sehr gut am anfang ähm zu betiteln aber wenn man glaube ich mal ein bisschen reinschaut dann ist ist man glaube ich ganz zufrieden dass man da ähm da erstmal seine finger von weg hat aber äh langfristig bin ich da schon sehr gespannt was da kommen wird und wie sich das äh weiterentwickeln wird das ist ja jetzt erstmal ähm der desk für die bundesregierung es heißt ja noch uns also für ne verschiedene ähm verschiedene institutionen ähm es heißt ja noch lang nicht dass das das ende der fahnenstange ist und dass es eventuell in andere länder auch exportiert wird in anfangszeichen ähm haben wir ja an der corona warn app gesehen was meiner ansicht nach ja ein vorzeigeprojekt in der hinsicht open source und wie man und freie software war ähm und wie man das gehandhabt hat und äh von daher bin ich da sehr gespannt was da langfristig kommt und ich denke ähm solange das so wie es aussieht ich muss sagen da hört es schon bei mir gerade auch schon wieder auf ähm dass er propagiert wird ne wie wie einfach die ganzen quellen und so weiter zugänglich sind und auch wie gut das lizenzmodell ist ähm kann da auch noch viel 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 mehr entstehen und das ist eigentlich auch immer so einer meiner äh punkte die ich dann auch immer an der stelle vertrete ähm freie software und open source schafft nicht nur vertrauen und transparenz ähm sondern auch ganz klar open innovation sage ich immer dazu also es fördert eigentlich oder gibt eine grundlage auf der andere innovationen nochmal aufbauen können und ähm das finde ich eigentlich die wirkliche stärke von freier software und open source sonst wären wir wahrscheinlich nicht da wo wir heute wären mit dem ganzen freien software mit der ganzen freien software welt äh glibc und so weiter ne von daher äh bin ich da sehr gespannt was da langfristig kommen wird und ich hoffe dass das ein startschuss für was größeres war jetzt ähm und nicht in einem jahr wir darüber sprechen oder in fünf jahren darüber sprechen so wie über limux so gut das war wohl der satz mit x ich bin gespannt und ich bin aber gute dinge bis jetzt bin ich ehrlich schauen wir mal wenn ich das dann angetestet habe ob ich dann immer noch gute dinge bin habt ihr es vor mal anzutesten ich habe es ja schon angesprochen ich habe halt nicht den passenden kubanit cluster also das wäre dann so meine kritik an das projekt wobei man ja sagen muss das projekt kommt ja eigentlich aus deutschland ist aber sogar für die eu für was war das cyber resilience act sogar noch mit gedacht finde ich gut deswegen also das wird auf jeden fall ein vorzeigeprojekt was ich halt nur wirklich aktiv ähm ja bemängeln muss beziehungsweise mal rügen muss ist der deployment weg also um es mal schnell auszuprobieren braucht man da ein kubanit cluster ich glaube hauke wir hatten uns hatten wir das entweder schon mal im podcast oder so privat irgendwie ziemlich großen kubanit cluster also ram technisch ist das nicht gerade wenig was verbraucht wird es steckt ja auch sehr viel drin muss man auch sagen und man möchte ja auch skalieren ist ja auch alles schön und gut aber wenn ich jetzt sage ich bin na gut man muss auch wirklich abschätzen wer das einsetzt wenn das jetzt wirklich eine behörde ist oder irgendwas größeres die können sich auch ein kubanit cluster leisten aber wirklich mal das für sich auszuprobieren und mal zu gucken wie es ist muss man sich halt ein kubanit cluster ans bein binden und ob man da jetzt die nötliche expertise hat ist dann halt auch immer schwierig also auch wenn kubanit oder kubanit ist auch open source ist aber ja wieder da eine voraussetzung zu schaffen vorher war es bei open exchange was ja ein teil davon ist war es noch so dass man es klassisch installieren konnte die sind auch umgeschwenkt auf kubanit ist only wo ich mir denke gerade jetzt wo ich eine schöne mail alternative suche die ich vielleicht selber hosten kann ja ist das doof also ich möchte mir kein kubanit cluster als privatpersonen irgendwo ins haus stellen weil ha man könnte es auch klassisch in der vm docker installieren da brauche ich eigentlich das drumherum nicht das finde ich halt schade ja das stimmt schon na es ist aber halt für eine andere größe gedacht es ist ja für den heim anwender gedacht und das ist dann wieder schreibt davon ist das web auch ganz gut ist natürlich der unterschied zum libre workspace nicht den kannst du innerhalb 20 minuten in der virtuellen maschine hochziehen und kannst damit schon mal so ein bisschen rumspielen das kannst du mit dem open desk dann nicht ist ganz klar wisst du ungefähr wie viel arbeitsspeicher also insgesamt arbeitsspeicher die minimalversion von open des braucht denn mein erster gedanke ist die sind jetzt auch nur ins hoch kommt zehn neppische anwendungen und ist sind 32 32 ja gut ist ist natürlich ein bisschen was aber ist ist 32 waren das nicht irgendwie so als wir mal drüber geredet haben hauke ich hätte jetzt geraten 64 also von von daher hätte dass das web vielleicht kurz rein kopiert also er hat es gerade gerade okay hat den anderen kanal hier meinen link reingeschmissen stimmt es waren 64 wir haben darüber geredet da hatte ich noch einen aussortierten server wo es gerade drauf laufen könnte weil der 64 gigabyte hatte immer 32 gigabyte minimum mehr natürlich empfohlen brauchst mindestens zwölf kerne mehr ist natürlich auch wiederum besser was x 64 oder x 86 also du könntest doch alte 32 bit cpus damit recyceln ja wenn der kuba die klasse damit macht aber du kannst ja auch verschiedenste architektur miteinander kombinieren das habe ich auch schon mal ausgetestet geht aber nicht steht extra dabei ist noch nicht unterstützt ein bisschen rückständig muss ich sagen ja dann nicht plattenplatz größer als obwohl größer als zehn gigabyte kann ja auch hundert sein tausend oder was weiß ich alles plattenplatz einfach ja kommt mir ein bisschen zehn kommt mir ein bisschen niedrig vor bin ich das das werden ja schon die container images ja genau genau das ist ja die sache da allein so container image ist ja schon riesig naja mal schauen ich bin sehr gespannt zwölf kurs brauchen wir ja schon ordentlich auch aber ich ich bin sehr gespannt ich werde es mal ausprobieren und dann werde ich euch berichten ja mal schauen wird eine menge spaß also ich muss sagen ich habe ein bisschen mit kubernetes schon gearbeitet aber in production habe ich bis jetzt keine kubernetes cluster von daher ja wird cool ich freue mich aber drauf wieder eine neue reise wenn ich mich noch an dieses gespräch erinnere was mich und ich irgendwann mal gehabt haben dieser single node cluster oh ja hier ist das so ja ja dieses zahnschmerz wort oder wir machen das ganze einfach hier serverless dann ist es auch vollkommen egal manche läuft in einem chrome tab ja genau es läuft auf ihrem notizblog irgendwann kann ich das auch nach einer ersten april sendung da müssen wir eigentlich mal machen aber es wird ja eh eine sondersendung geben sogar vom ersten april nämlich nicht mehr allzu langer zeit das stimmt am neunundzwanzigsten ist nämlich oktober genau das ist übernächste woche dienstag wie die zeit vergeht dann ist übernächste woche dienstag der darauf folgende samstag ja schon die tux tage das ist richtig ja was gibt es denn dieses mal bei den tux tagen warum sollte man dort unbedingt vorbeischauen wollten oder sollten wir nicht bevor wir die tux tage erläutern noch mal kurz den shoptober erläutern oder das ja ich schreibe kurz noch was ja der shoptober fang du gerne an micha genau am 29 wird es einen stream zu dritt quasi wie in dem podcast nur mit weniger pot und weniger cast geben dafür mit mehr schaurigen spielen kann man das so sagen ja wo wollen wir das alles ausstrahlen ich weiß es nicht ich bin quasi nur beifahrer also regulär tun wir das auf den ninox sachen ausstrahlen aber wir können auch schaurig andere kanäle damit befeuern ich bin da total frei ja wird tatsächlich die sonderausgabe unserer wöchentlichen live streams von hauk und mir und da ist der micha auf jeden fall mit dabei und ja wir werden schaurige sachen machen wie sie so gehört und das am 29 dass ihr am 31 gerne als gespenst durch die häuser ziehen könnt und da euer unwesen treiben könnt dass man sich nicht entscheiden muss und wir uns auch nicht ja es wird wird schön schaurig ist immer eine schöne sondersendung wir haben ja zwei sondersendungen immer einmal im ersten april einmal im schocktober und macht immer sehr viel spaß ja von daher schaut gerne rein auf linux guides de schrägstrich live beispielsweise und den ganzen anderen plattformen wo wir jetzt gar nicht so weit darauf eingehen wollen ja das ist da und am 2 november also in der gleichen woche am samstag finden dann die tux tage dieses jahr statt witzigerweise auch genau die veranstaltung aus denen hier der tux flash entsprungen ist welcher ja am freitag davor den auftakt bildet genau von daher am freitag der 1 november um 19 30 wer kann sich denn die ganzen daten und uhrzeiten merken egal aber da könnt ihr da wir sind wir doch zu dritt ja weil einer schafft es nicht mehr da können wir dann den könnt ihr den tux flash auch noch mal live sehen und den werden wir dann live da auch noch mal aufnehmen mit und ansonsten geht es am samstag dann los relativ früh mit einer podiumsdiskussion was macht open source projekte erfolgreich wie was was sind da die zutaten dafür wie kann man das vielleicht auch selber so ein bisschen abchecken mit so einer checkliste vielleicht so in die richtung das wird sehr sehr spannend und dann geht es raus in ein total cooles buntes vortragsprogramm mit einem möglichen wir haben zum einen viel server zeugs da das heißt die server admins unter euch haben auch viel fressen sozusagen in anführungszeichen und aber auch ganz klassische themen wie card in life inkscape und so weiter ist alles mit dabei wir sind natürlich auch in verschiedenen art und weisen zu sehen mit kaffeekuchen pinguin der fragestunde haben wir noch mit reingenommen und ja wird einfach ein sehr sehr schöner bunter tag am ende haben wir dann noch mal einen schönen ausklang und ich freue mich auf jeden fall drauf und das team dahinter freut sich natürlich auch und ist auch so langsam auch da wirklich in der hochphase der vorbereitung ja damit wären wir bei dir mich ja ja was soll ich denn jetzt sagen ich habe nicht so angekündigt wo wolltest du jetzt hinspielen ne einfach wie läuft wie läuft die vorbereitung ach so ja du wir haben wann meeting sie läuft also bis jetzt habe ich bin ich da noch sehr entspannt bis ich dann am sonntag meine liste kriege und dann wird nach feierabend relativ viel privat zeit für das tuxa projekt investiert auf jeden fall und wie bei jedem meeting bei mir ist es ja auch manchmal so ja mit einer halben stunde meeting da muss ich jetzt noch das und das und das und das machen was ich eigentlich gesagt habe das mache ich von da läuft läuft auch nicht anders nee aber wir freuen uns schon extrem wir sind gerade in den letzten vorbereitungs zügen tatsächlich ihr merkt ja auch die tux tage sind genau genommen eigentlich nur ein tux tag dieses jahr du hast dich gerettet also durch den podcast ja haben wir uns gerettet ja total absolut aber ne sonst haben wir nur einen großen tag mit vorträgen und das liegt einfach daran dass wir dieses jahr mal auf etwas kürzerer stelle treten ganz klar weil wir doch relativ viele ressourcen gerade in anderen sachen gebunden haben vor allem den beispielsweise bei mir mein master abschluss ist gerade voll im gange fünf tage nach den tux tagen habe ich meine abgabe der masterarbeit von daher ja terminlich gibt es da bessere zusammenfindungen aber kriegen kriegen wir gut hin und von daher ist es bewusst auch dieses jahr ein bisschen kleiner gewählt dass wir uns da auch nicht zu übernehmen und ich muss ganz ehrlich sagen dies letzte jahr war für mich schon stressmäßig bezüglich den tux tagen schon am limit man sieht natürlich nur das was fertig ist was dann funktioniert hat hoffentlich und vielleicht auch manchmal sachen die nicht zu 100 prozent funktioniert haben aber vor allem eben nicht die ganze vorbereitung das ganze drumherum das ist ja der hauke kennt das genauso gut bei den kieler linux tagen und ich denke alle anderen unter euch die in irgendeiner form bei anderen veranstaltungen vereinen und so weiter beteiligt sind weil am ende ist es ja auch nichts anderes nur dass wir nicht gemeinnützig sind kein verein sind aber am ende ist aber so es läuft da genauso ab ja ist das sind das immer wieder riesen rattenschwänze die man hinter sich her zieht und die man bewältigen muss und aber es macht total viel spaß und das ist eigentlich genau das warum wir das machen groß viel gewinnen dabei tun wir nicht aber einfach etwas zurückzugeben und einfach eine plattform zu schaffen in der man wissen austauschen kann in der man sich gemeinsam vernetzen kann das ist ja auch ganz klar das motto der tux tage und genau deswegen machen wir es wieder dieses jahr und wahrscheinlich sehr sehr wahrscheinlich auch wieder in den nächsten jahren und da freuen wir uns total natürlich drauf wenn ihr damit natürlich alle mit dabei seid am 2 november auf tux tage de alles online und kostenlos und wir freuen uns auf jeden fall hauke freust du dich auch ja voll vor allem aus dieser also ich habe ja auch ein paar sachen die ich natürlich noch machen muss also zwei videos muss ich noch vorbereiten die werde ich nicht live machen einmal zu meinem software verteidigungssystem m23 und zu was was ich noch nicht so großartig angekündigt habe das heißt kann man install so eine skript sammlung um relativ automatisiert systeme hochzuziehen und da spezielle konfigurationen durchführen zu können das werde ich dann mal als video vorstellen aber videos sind noch nicht fertig zum teil schon vor geplant aber noch nicht gedreht und so und der als zwar referent an sowas oder als video erstelle oder sowas daran teilzunehmen ist das deutlich entspannter als die position die jong jetzt gerade hat denn wie schon angesprochen die kilo open source und linux tage das sind zweieinhalb tage programm vor ort plus übertragung ins internet und es ist wirklich ziemlich heftig dieses jahr habe ich es wieder gemerkt also ist dieses jahr ich weiß nicht ob es daran liegt dass ich auch nicht mehr also dann ich werde ja auch älter wie alle anderen auch dass es vielleicht darum müssen stressiger war aber ich glaube insgesamt war es auch deutlich mehr weil ich so viele einzelne baustellen hatte die vorher vielleicht nicht so da waren und einige leute müssen noch mal noch mal ein bisschen extra betreut werden und so und es es war ich weiß nicht wie viele wochen ich quasi vollzeit das bloß gemacht habe ich schätze sowas wie vier also es ist eigentlich quatsch sollte man niemals sowas machen da gebe ich dir recht plus kam ja noch die technik upsies dazu die ja letztes jahr nicht waren also das hat dann bestimmt noch mal so ein bisschen am nervenkostüm gezogen ich haben es doch so regnen gelöst ja auf jeden fall also micha du hattest glaube ich in einem von deinen streams das auch schon auch noch mal irgendwie so ein bisschen aufgearbeitet wir haben es ja direkt live vor ort da haben wir in tux flash gemacht live fort für publikum da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen und dieses jahr ist irgendwie so viel also hat nicht funktioniert obwohl es eigentlich getestet war und ja also irgendwie so einerseits ein bisschen enttäuscht davon dass es so gelaufen ist wie es gelaufen ist aber andererseits bin ich auch stolz auf uns denn wir sind ja insofern nicht vom fach also keiner von uns die ganze sache lebt ja von freiwilligen die das in ihrer freizeit machen also ich mache das ja auch in meiner freizeit das ganze und wir haben nebenbei natürlich noch eine menge um die ohren es waren also keine profis mit dabei selbst ihr beiden die ja wirklich jede woche in stream betreuen und sonst was macht technik vor ort ist noch mal wieder anders als dasselbe setup was du jede woche am selben platz hast mit exakt der selben kamera mit demselben licht mit demselben mikro und auf einmal hast du dieses kistenweise hardware krams was sinnvoll verlegt werden muss die ganzen kabel müssen und so weiter es gibt lustige bilder davon wie wie es aussieht und wie man sowas wirklich verlegt und anschließt und sowas also es war alles geplant und wie schnell wir es doch letztendlich mit diesen unvorhergesehenen problemen hingekriegt haben dass ab dem nachmittag das eigentlich so weit lief also wir hatten nachher zwar noch ein paar kleinere probleme aber im großen ganzen hat es funktioniert und das sogar inklusive hardware ausfälle also gebrochene kabel hatten wir zum beispiel dass der große monitor in allen raum nicht funktionierte der ein beam ersatz ist dass das netz zusammengebrochen ist warum auch immer dann ein laptop hat so halb die grätsche gemacht und überhaupt also es war so eine kette mit einzelnen problemen und wir haben es irgendwie hingekriegt und wir sind halt nicht vom fach letztendlich wir steuern zwar alle unser gefährliches halb und viertel drei drei viertel wissen mit dazu und wir haben es hingekriegt also das finde ich eine super leistung ja wie hatte ich es genannt in der nachbesprechung wir sind halt alles ganz schöne maschinen geworden was das angeht ich glaube so eine sache ist auch ohne mich ja und mich jetzt wichtig zu machen als sie sind wir waren die ganze zeit in dieser praxis gebunden was natürlich wollte ich auch noch ansprechen an sich ein totaler erfolg war hätte ich nicht mit gerechnet wirklich nicht also ich habe so ein bisschen die angst gehabt dass wir uns da langweilen und habe mir eigentlich ein bisschen arbeit mitgebracht war gar nicht nee war nicht war super schön aber dadurch dass wir dann halt eben dadurch eigentlich fast komplett ausgefallen sind wenn man so möchte war es schwieriger sind wir ja nicht wir haben uns das ja eigentlich gut aufgeteilt also ich muss sagen im vergleich zum ersten kilux besuch beim ersten mal war ich aufgeregt weil es neu war beim zweiten mal war ich aufgeregt weil irgendwo immer irgendwo der baum gebrannt hat ein bisschen zum anfang zum freitag haben wir uns ja so abgesprochen du machst zuerst die praxis und ich gucke mal bei den leuten ob alles läuft war ein fehler da hatte ich dann sehr viel arbeit was ich zugehe weil dann ging es dann los mit dem problemchen dann war ja so dass wir das bis mittag hingekriegt haben und nachmittag warst du ja mal kurz irgendwie zu einem anderen termin und dann habe ich gemerkt menschen mit der praxis mit den leuten die haben da bock drauf die nehmen das gut an und dann bist du halt auch bis abend da gesessen und am folgetag haben wir wie haben wir angefangen wir haben haben wir zusammen angefangen nee da war wieder stream kontrolle habe ich gemacht und dann ging es auf die mittagspause dann war die bewegte pause dann war mein vortrag direkt nach der bewegten pause was logistisch ein bisschen das kann man besser machen ja und danach habe ich ein paar leute mitgebracht zur praxis ja die war halt immer voll aber das war halt auch für mich als gasthelfer helfender gast weiß ich immer nicht wie man das nennen soll auch schon gehörst schon zum team du hast so ein t-shirt gekriegt ja stimmt da kommst du nicht mehr raus da war ja auch beim ersten also ich kann das ja sogar zeigen mit den mit den anhängern also beim ersten mal war ich noch als streamer blogger da und jetzt bin ich als streamer blogger slash kinox da ne nicht slash pipe ist es so schnell kann es gehen einmal das kleingedruckte nicht gelesen schon bist du in dieser komischen abo falle ne sagt man immer das kinox ist barb nur mit nachteilen nein spaß nee also war natürlich auch wieder total schön und ich bin gespannt wie wir das in den nächsten jahren dann lösen werden weil ähm ja praxis dr tux hat total viel spaß gemacht für alle die jetzt nicht wissen worüber wir reden am ende also praxis dr tux haben wir es nicht genannt weil ich glaube so heißen die in chemnitz das war die linux erste hilfepraxis oder so ne waren die aber am ende war es genau das und ich glaube ich ich war ja sehr häufig auch in der praxis dr tux bei den clt also ich glaube da war weniger los gut man muss sagen die sind auch ein bisschen versteckt und so weiter ähm und äh aber ja es war richtig richtig gut angenommen und dann ist so die frage ja gut wie geht man in den nächsten jahren vor ähm weil ich muss sagen ich konnte mich nicht mal mit allen unterhalten mit denen ich mich unterhalten wollte ähm war natürlich super schön wir hatten immer leute um uns herum und haben super viele tolle lange gespräche geführt und auch einige von euch kennenlernen dürfen das äh ist immer wieder schön muss ich sagen und ein paar hier sind natürlich auch wieder im chat ne ist immer sehr schön ähm aber äh ja es war dann doch schon relativ viel mit allem aber ich glaube das ähm wird dann halt manchmal so ja irgendwie muss man sich die zeit dann wirklich nehmen ja da kannst du froh sehen dass das bei den tux tagen anders ist als organisator aber da musst du nur die leute virtuell anschreien da musst du gar nicht so viel rennen da musst du nicht rennen das stimmt das stimmt wirklich ne ja ja dafür bleibt die uhr auch so ein bisschen sie geht nicht auf 10.000 schritte hoch sagen wir es so ja ja gut aber dafür hast du immer eine pizza bei dir nein spaß ja ich freue mich wieder drauf genau da wollten wir eigentlich wieder zurück ja kleiner exkurs wo wollten wir eigentlich überhaupt abbiegen wir waren im werbeblock ach das waren wir jetzt ein bisschen genau genau nach den tux tagen ist vor chemnitz stimmt chemnitz kommt dann erstmal der jahreswechsel ja genau also die woche drauf ist glaube ich hier bozen da ist auch noch eine große konferenz ich habe tatsächlich die tux tage extra von dem wochenende in bozen vorverlegt dass ich leute einladen kann die in bozen sind jetzt habe ich keine leute eingeladen die in bozen sind einfach weil es kleiner wird dieses jahr naja meine güte nächstes jahr vielleicht ja aber es gibt schon noch mal viele veranstaltungen ich bin doch ganz froh dass das programm so voll geworden ist dass ich nicht noch meinen vortrag einrechnen musste ich muss sagen ich finde es traurig ich finde es schade aber ist ja auch total verständlich wenn man viel zu tun hat aber ich hätte mich sehr über einen vortrag von micha gefreut aber ja dann bist du der einzigste glaube ich ja hey ich glaube da findet sich noch ein paar noch der eine oder andere ja ich hätte vielleicht zeit gehabt um mal die folien halbwegs zu überarbeiten aber ja nee ist ja ich wollte mir nicht noch mal das bei wie bei den keylooks antun ich mache ja hinter den kulissen quasi die technik und die betreuung so der einzelnen redner mit wenn du dann noch irgendwie springen musst schnell zum vortrag das ist leider gottes ähm naja immer mit sehr viel stress verbunden und ich kann ja auch dieses mal wirklich zum ersten mal nicht bis zum ende dabei bleiben weil dann privater termin das ein bisschen kollidiert aber ja ich bleibe standhaft bis bis zum bis ich nicht mehr kann und das ist schön ja da 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 freue ich mich da freuen wir uns alle und ähm ja wird wird wieder eine schöne veranstaltung ähm ich habe auch wieder gefühlt also ich habe dieses jahr viel weniger werbung gemacht oder wir haben eigentlich viel viel weniger werbung gemacht als zogstage einfach auch in dem gedanken ist wird dieses mal nicht so groß und trotzdem hat man jetzt am ende die ähm schwierigkeit alles dann unterzubringen und das ist eigentlich ziemlich ja ist dann erstmal ein gutes zeichen ähm und ähm ja ich bin sehr gespannt wie es laufen wird aber gut war das jetzt schon das jubiläum oder kommt das noch ist das sind das jetzt die fünften also die fünften tux tage sind es schon kleines jubiläum wird dann auch kleiner äh äh kleines program ja genau so ist es immer äh kommt das dir so vor als ob wir schon das zum fünften mal machen micha nee also als du es irgendwann mal in 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 den meetings gesagt hast musste ich ja nachfragen weil es sind zwar die fünften tux tage aber erst irgendwie im vierten jahr also genau es ist irgendwie ja klar also äh 2020 haben wir die erste veranstaltung gehabt jetzt rechnen wir hoch 20 21 22 23 24 das ist diese ähm diese magie der mathematik mhm ja ist schon cool da freue ich mich total drauf ja meine güte wir hoffen einige von euch sind dabei und äh wir haben auch wieder geplant auch wenn wir kein 3D gelände dieses jahr haben weil mozilla hubs gibt es nicht mehr ähm das ist echt schade wir haben wirklich zwei drei jahre an dieser 3D welt gefeilt und äh jetzt ist es dicht natürlich könnten wir irgendwo anders hin aber es wurde leider nie so krass angenommen wodurch wir uns gesagt haben okay gut ne dann können wir es wieder rein machen wenn es es wieder gibt ähm und ne keine Ahnung spendieren wir da auch ein bisschen was aber äh dann ne reicht es auch erstmal weil es wir haben auch alles gemacht um das zu promoten also wir haben sogar mal ein Tuxflash in dem 3D geländer gehalten wir haben so viel da drin gemacht aber ähm ja es wurde nicht angenommen es ist aber ich glaube keine Ahnung ich kann es mir nicht ganz genau erklären aber so ist es und das ist ja auch ähm an sich auch meine Güte total okay ähm und deswegen gehen wir dieses Jahr tatsächlich auf äh solche Jigzi Räume wieder ähm was wir im ersten Jahr sogar gemacht haben und das war im ersten Jahr auch glaube ich ziemlich gut angenommen ähm von daher ja und die Sache ist wir haben natürlich weniger Vorbereitungssache also alleine diese diese 3D Welt ich glaube vier oder fünf Leute haben sich in dem letzten Jahr damit beschäftigt äh damit das dann wieder äh da war ähm und es war ein unglaublicher Zeitfresser ne und dafür ne wir haben es schön gemacht hat auch viel Spaß gemacht und alleine auch dem Team hat es ja viel Spaß gemacht sowas zu bauen auf jeden Fall ähm aber am Ende wurde es nicht so angenommen und ähm Hauke du hattest ja auch dieses Jahr so ein Projekt bei den T-Lux ähm was Zeit ohne Ende verschlungen hat achso ähm ja das stimmt äh ich habe dieses Jahr so einen Rätselbereich gemacht äh ich habe das jetzt schon alles weggepackt sonst hatte ich eine Zeitlang diese ganzen Dinge noch hier rumliegen ähm dafür habe ich sehr viel äh eine Dekoration hinweise gemacht die auch in diese fiktive Zeitgeschichte reinpassen da spielt in einer fiktiven Zeit äh 1924 also ne äh 100 Jahre in die Vergangenheit ist ist ein bisschen was anderes gelaufen äh die technische Entwicklung ist anders abgelaufen da wird nämlich in Kiel 1924 die erste Weltrobotermesse abgehalten und da gibt es denn so einzelne Hinweise zu also da gibt es so eine kleine Messezeitung für äh äh so ein paar äh äh Zeitschriften mit Artikeln da drauf so ein bisschen einfühlen in die Zeit und dann habe ich auch so ein äh so ein Fenster für die Wand gemacht äh Ausblick in dieses ähm auf die fiktive Stadt Kiel und so weiter und da ist eine Menge drumherum entstanden neben den Rätseln auch wo mir Klaus dankenswerterweise auch ein bisschen mitgeholfen hat ähm naja und es war hinterher eigentlich eine relativ runde Sache bloß es war auch wirklich ein wahnsinniger Zeitfresser das so zu machen dass ich letztendlich auch damit zufrieden war diese Artikel da habe ich mich so ein bisschen von ähm mit neuronalen Netzwerken inspirieren lassen da gibt es bei mir im Kanal auch äh ein Video dazu wie das Ganze äh wie ich das gemacht habe und diese Halluzinationen die diese Netze ja normalerweise machen und die man nicht haben möchte waren da wirklich ein Vorteil da sind so Sachen rausgefallen die zwar grober Blödsinn sind aber in so eine fiktive Sache ganz gut reinpassen und auch so ein paar Stichworten habe ich dann diese Artikel gemacht und äh Bilder dazu generiert dass es insgesamt so passt dann gab es vor Ort auch wirklich noch ein bisschen Dekoration also Tische die so in diese Zeit reingepasst haben und äh wirklich ziemlich viel damit das so so alles reinpasst und da ist wahnsinnig viel Zeit reingeflossen also eigentlich im Nachhinein ist das auch ziemlich wahnsinnig eigentlich hätte ich die Zeit gar nicht dafür haben sollen ich hätte mich ähm neben also von daher ist es dieses Jahr auch extrem viel geworden mit diesen vier Wochen Vollzeit die da reingeflossen sind ja also nächstes Jahr gibt es vielleicht äh nochmal einen Aufguss davon und da vieles von dem Zeug denn schon fertig ist brauche ich das nicht nochmal neu zu machen vielleicht ein paar aktualisierte Rätsel wo es ja auch äh wiederum was zu gewinnen gab aber ähm der Anspruch war wohl relativ hoch ich meine mehr als was war das höchste fünf oder sechs richtige Antworten von acht das war auch wirklich das Maximum also ja ich glaube auch einige Sachen wurden nicht wiedergefunden also einige Rätsel weil da muss ich mal aus dem Nähkästchen plaudern gerade das was bei der Praxis Dr. Tux platziert wurde wenn da Leute kommen und ihr Zeug ablegen und sich ausbreiten da verschwindet sowas einfach mal da haben wir nicht drauf geachtet beziehungsweise nicht drauf achten können weil ja nur so als Tipp für dich für das nächste Mal also vielleicht nicht bei uns da könnte da könnte es sein dass unser Rätsel quasi nicht immer offensichtlich da lag auch wenn da zwei drei Leute da waren die das gemacht haben habe ich mitgezählt aber ich habe auch ganz oft mitbekommen dass da einfach Zeug drüber gelegt wurde einfach wegen Platz ja also von daher so ein paar Sachen müsste man auch anders machen hinterher haben wir auch ich weiß nicht ob wir uns unterhalten haben man könnte auch noch so Wegweiser machen es gibt ja so die Top Point den Hack-on-Maker-Space die hätten sogar glaube ich so eine CNC-Frise gehabt so dass man so ein Stück Holz so schön so ein Wegweiser hätte machen können keine Ahnung ob wir nächstes Jahr in die Richtung vielleicht noch ein bisschen was machen sodass man es auch besser findet also das war wirklich eins der Probleme und da sind so viele Detailfragen gewesen also irgendwann habe ich wirklich bloß noch höchste Priorität das muss jetzt noch sein alles andere leider nein habe ich keine Zeit mehr für da sind so ein paar Sachen dann auch unter den Tisch gefallen ja ja so ist es immer irgendwas meine Mathelehrerin hat damals vom Abi gesagt irgendein Tod müsste sterben ihr meint auch nicht dass ihr Leben rauskommt ja und das war wirklich auch die fieseste Lehrerin der ganzen Schule aber echt andere Geschichte klingt doch sehr geerdert die Frau eigentlich nicht ach ihr Versager ja sie war wirklich manchmal so echt sie war am Ende sie war am Ende schon eine Liebe aber sie konnte es nicht so richtig zeigen sagen wir es so ja ok ok aber es sind es ist ja interessant dass wir mit uns also ich nehme mich jetzt mal bei den Tuckstagen mit rein wir mit unseren fünfjährigen noch relativ weit weg von der 20 sind und Hauke du mit dem 22. Kilo schon die 20 überschritten haben ich wollte eigentlich auf die 20 wegen 20 Jahre Ubuntu ich habe es gar nicht so wirklich mitbekommen aber mit der 2410er Version ist die ja 20 Jahre Ubuntu voll geworden also herzlichen Glückwunsch erstmal Richtung Ubuntu Happy Birthday ja haben wir ja alle schon mal irgendwo benutzt ja schon aber ganz ehrlich ich weiß nicht wie es euch ging ich bin jetzt mal ganz unsympathisch mir ist das so erstens vorbeigegangen und mir geht es auch vorbei also ich glaube ich werde es mir nochmal anschauen ich glaube ich werde vielleicht auch nochmal ein Video drüber machen aber boah es ist es ist mir so egal bin ich ehrlich also es ist an sich natürlich eine tolle Distro aber keine Ahnung irgendwie tangiert mich das gar nicht 30 Tage äh 30 Tage genau 30 Jahre Linux hat mich irgendwie tangiert aber 20 Jahre Ubuntu also Happy Birthday erst mal aber irgendwie so mich mich packt es nicht so wie geht es euch da so äh kleine äh kleine Anmerkung dazu wisst ihr ja was die Akzentfarbe ist wie die heißt jetzt nicht nachgucken was meinst du jetzt mit Akzentfarbe ähm bei Ubuntu wählen sie ja jedes Mal irgendwie so eine Akzentfarbe für ihren Desktop und die fluktuiert wahrscheinlich auch irgendwie und wie heißt sie dieses Mal 20 jähriges da nimmt man was schönes oder äh dann wird es doch irgendein Ocker sein äh relativ ja aber die haben ja immer solche Attribute dazu das ist denn also Ocker ist ist äh zwar die richtige Richtung zu hässlich aber ähm es kommt noch so ein Attribut dazu so ein Adjektiv na normalerweise benennen sie es doch immer nach Tieren oder äh das ist ähm wie die Distribution heißt oder das Release heißt das ist äh die machen dasselbe mit diesen Akzentfarben das wusste ich gar nicht also dass die Distribution immer irgendwelche Adjektiv äh Tiere haben dass das ist einem aufgefallen so wie Linux Mint zum Beispiel ähm Ohrenvornamen hat oder äh Debian Toy Story Charaktere aber dass die auch die Desktop Akzente also das also bei dem Meeting wäre ich gern dabei ja bei dem Meeting wäre ich gern dabei gewesen als das entschieden wurde also das muss ja auch äh hammerhart gewesen sein keine Ahnung also ich löse ich löse mal auf es ist warziges Braun wow geil warzig da hab ich richtig Bock die Version zu nutzen also wirklich warty brown als Akzent ja denn die erste äh äh Version hieß ja auch was ist ja jetzt ein warfog warfog warzenschwein ich glaube ja ne warfog ist das warzige warzenschwein war die erste Version war die warfog ja mh krass ja ja ganz ehrlich äh ich wollte tatsächlich ich hab äh soll ich euch sagen was in meinen Videoideen steht ne also zum einen natürlich Collab mit nicht der weiße letzter Schluss aber ähm oh wer ist denn das ähm 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 tatsächlich ich lese wortwörtlich vor warum du kein Ubuntu 24.10 nutzen solltest Ausrufezeichen ja soll ich das machen also am Ende der Plot-Twist wäre es ist halt keine LTS-Version also halt auf diese Ebene reinzukommen aber du solltest wirklich kein Ubuntu 24.10 nutzen ich würde es keinem Mensch empfehlen das ernsthaft zu nutzen keine Zwischenversion von Ubuntu du hast damit nur Stress und du hast nicht mal alle Pakete ich hab mal äh Ubuntu 20.10 keine Ahnung oder 19.10 irgendwie mal genutzt und ähm ich konnte nicht alle Pakete installieren die in Ubuntu-Quellen waren weil diese Zwischenversionen nicht alle Pakete für nicht alle äh genau Kapete Pakete dafür gebaut wurden ähm und von daher also nein man sollte es nicht nutzen und das frage ich mich so ein bisschen warum bewirbt das Ubuntu dann noch so also Ubuntu bewirbt das eventuell nicht ganz so stark hey nutze jetzt die die sagen ja eher nutze LTS aber trotzdem ist es ja eine vollwertige Ubuntu-Version und eigentlich man sollte sie nutzen ich wüsste kein Anwendungsfall warum man eine Zwischenversion von Ubuntu nutzen sollte ne weil die Kernel und so weiter werden ja trotzdem mit den LTS-Versionen meine ich aktualisiert wenn du den HWE-Stack also den Hardware nee Hardware Extended Support mit an also diesen Hardware Extended Support Kernel mit installierst dann kriegst du die Kernel Updates oder die die neueren Kernel mit das ist aber ein Zwischenstandard also es gibt wirklich keinen Grund mehr diese Zwischenversion zu nutzen genau deswegen ist das auch komplett an mir vorbeigegangen dass 2410 raus ist weil ich gucke mir wenn überhaupt nur noch die LTS-Version an und dann meistens oder was heißt meistens dann ausschließlich nur die Server-Varianten weil die mich mehr tangieren als die Desktop-Variante weil Ubuntu ist halt nicht mehr mein Desktop-Betriebssystem ich benutze ein Betriebssystem was auf Ubuntu aufbaut dementsprechend bin ich da immer noch Canonical und der Community drumherum sehr sehr dankbar dass die so eine Arbeit abliefern manche Entscheidungen wissen wir ja selber von Canonical die sind eher so in die Kategorie hm einzuordnen aber ja im Grunde ist das immer noch ein sehr solides eine sehr solide Distribution und ja happy birthday also mehr kann ich da auch nicht sagen happy birthday aber es ist halt so in der ja in der in der Versenkung untergegangen weil wer guckt denn auf Ubuntu 24 also ich ich kenne keinen der gesagt hätte ich warte auf jede neue Ubuntu-Version sondern höchstens nächstes LTS ja ne also meint ihr soll das Video machen du willst die Klicks haben oder ich will die Klicks baby und den Hass und den Hass ich würde ich also ich würde ja sagen aber auch nur weil ich die Kommentarsektion drunter beobachten werde also ne die Sache ist man kann ja nicht immer sich reißerischen Titel machen es geht ein zweimal dann glauben sie Leute haben auch nicht mehr ne ist schon so die Sache aber es ist eigentlich in der Hinsicht kein reißerischer Titel also schon so ein bisschen aber ja aber es ist es ist ja auch wahr nicht also es ist einfach es ist einfach wahr lass die Finger von dem Mist was soll das es ist einfach wahr ich glaube ich werde es machen es ist ein bisschen zum Spielen naja mal schauen also jemand der jede Ubuntu-Version mitnimmt also dem würde ich sagen lass doch den Quatsch und installier dir irgendwas ohne Release-mäßiges das ist glaube ich besser dann hast du wenigstens alles nutz einfach Arsch dann hast du das ganze Problem nicht mehr mit dem Versionsgeraffel ja und dann läuft das ja ja ist schön kannst du ja auch einen schönen Hyperland einrichten wenn du das möchtest mhm da läuft das immer noch mit am besten drauf das ist ganz verrückt wobei Hyperland wurden jetzt auch die Entwickler gecancelt cultured oder sowas da war auch richtig beef ohne habe ich euch das schon mal erzählt ich ich habe manchmal Bock ein YouTube-Kanal aufzumachen nur um Trash-TV-Zeugs aus der Linux- und Open-Source-World zu reden da passiert ja so viel Stunk teilweise das wäre witzig wenn man das ganze mal zusammenfasst und daraus so ja so Soaps sozusagen macht sind wir noch dort in der in der Bubble auch schon angekommen also man hat ja also ich würde das Trash-TV dann einleiten es ist es ist manchmal echt witzig was da abgeht und wo die sich auch so öffentlich bekriegen das sehen wir ja jedes halbe Jahr Tux Trash-TV ist gut willkommen bei T-T-T wie dann mit ganz langer Faust ist wie hinten dran das ist richtig gut oder Trash-Guides nicht schlecht dann müsste ich Trash-Guide nennen Trash-Guide okay ja und dann direkt nach Linux-Guides-React und Linux-Guides-HD-Gaming-24-DE da würde ich aber vorher noch den Linux-Guides-IAL-Kanal der Linux-Guides-IAL ja der darf nicht fehlen der Vlog-Kanal Linux-Guides-Vlogs und Linux-Guides-OF nein Spaß warum nicht wenn du dich so fühlst dass du das ausprobieren möchtest ich will einfach den Exit machen und dann es gibt da wirklich Leute die das machen alle reden ja davon so von irgendwelchen Promis oder sowas die dann also ich würde mich nie als Promi bezeichnen nie aber irgendwelche ja auch Leute die ja auch absolut keine Promis sind nur weil sie mal in irgendeiner Trash-TV-Sendung waren und am Ende nochmal so mit ah jetzt bin ich so irrelevant geworden jetzt ja schaue ich nochmal dass ich wirklich das letzte Quäntchen dann irgendwie mitnehmen kann nochmal ja hm ne also du kannst ja mal deinen Testballon warum du kein Ubuntu 2410 benutzen solltest abfeuernd dann dann weißt du ja wie die Zukunft von Tux Trash-TV gestrickt ist allein schon an den Kommentaren hm es wird herrlich es wird herrlich ja wirst du sehen eine Sache hätte ich sogar nochmal aber wir sind schon fast am Ende oder ist ja open das Format also theoretisch schon aber zu lange würde ich heute auch nicht mehr machen ja ich auch nicht eigentlich muss ich auch egal aber ich wollte euch mal was teilen was mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen ist oder jedenfalls noch nie so prägnant aufgefallen ist ich habe ja neben dem deutschen Kanal auch einen englischen YouTube Kanal und ich habe ein Video über Timeshift hochgeladen haben wahrscheinlich auch ein paar Leute von euch gesehen in dem ich Timeshift so ein bisschen kritisiere für was es manchmal genutzt wird Timeshift selber kann dabei nicht unbedingt etwas dafür aber Leute machen halt ein bisschen aus der Software etwas anderes als sie eigentlich für was sie eigentlich gedacht ist hier im deutschsprachigen Raum kam das Thema eigentlich ziemlich gut an also die Kommentare waren meistens alle sehr 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 verständnisvoll und so ja stimmt mir ging es genauso so nach dem Motto und auf dem englischen Kanal habe ich quasi genau das gleiche Video gemacht und es gab ein also nicht Shitstorm ich habe nur 5000 Abunden fast 5000 Abunden haben wir da schon es wächst und ich habe da ja schon fast ein Shitstorm erhalten so wie geht das nutzt es mit ButterFS und Arch dann passt es so nach dem Motto also da merkt man dann doch die Unterschiede der Communities vor allem weil ich glaube mit dem englischen Kanal dann doch dieses Video mehr Arch Linux User angezogen hat als natürlich mein deutsches Video und das fand ich extrem zu sein erstens wie wenig Leute auf Videos wirklich eingehen auf deren Inhalt sondern direkt also teilweise hat man das Gefühl direkt dann drunter schreiben so ein Scheiße oder sowas und im Gegensatz auch dazu wie unterschiedlich die Zuschauer sind und wie unterschiedlich in verschiedenen Regionen ein Thema ganz anders aufgefasst wird hat mich total überrascht muss ich sagen und finde ich mega interessant ja wollte ich euch mal so ein bisschen geteilt haben kannst du das irgendwie so ein bisschen eingreifen also englischsprachig ist ja wirklich sehr sehr viel da sind ja nicht bloß die Leute bei die es als Muttersprache haben sondern eben auch so als internationales Behelfsel weil wenn du keine gemeinsame Sprache findest dann nimmst du halt Englisch und ist halt so kannst du irgendwie so ein bisschen eingrenzen nach Ländern da sind eher so die eher aggressiven und dort die die verständnisvolleren also das kann ich nicht eingrenzen welches Land jetzt es geht in ganz andere Richtung aber schätzt doch mal welches das am meisten zuschauende Land ist auf Linux Ort also USA ist relativ groß also da würde ich sagen ist ein großes Potenzial was ist das tatsächlich USA war vor ein paar Monaten noch nicht so aber jetzt USA beim stärksten zweiter Platz kannst du ja nur noch Größe gehen Indien da die Richtung richtig Indien Indien ja Indien war zuvor immer auf Platz 1 jetzt haben uns die United States überholt verdammter Kapitalismus meine Güte dann kommt schon Good Old Germany hier also schauen dann doch wohl ich glaube auch ein paar deutsche Zuschauer nochmal die Videos dann UK und Kanada also Kanada wäre jetzt nicht ein Land gewesen was ich jetzt da drin erwartet hätte total cool Australien fehlt mir da so ein bisschen oder ja irgendwie sowas ich glaube die machen alle noch da ihr eigenes Ding dann Brasilien Polen Indonesien Frankreich schon alles sehr alles schon sehr verteilt Türkei auch nochmal das ist schon ziemlich cool also doch schon natürlich eine viel viel breitere Gemeinschaft die du damit erreichst wie jetzt hier in Deutschland mit Linux Guides ich glaube da haben wir 95% Deutschland wahrscheinlich ich schaue mal schnell nach aber ja so so unterscheiden tut sich es dann doch das haben wir Germany 80% dann Österreich natürlich 4% und Schweiz dann 3% und der Rest ist quasi nicht messbar da sind wir dann in Nullerbereichen also es ist wirklich genau nur diese Dachregion und ja das merkt man dann doch schon dass dann doch die Auffassungen schon ganz unterschiedlich sind total spannend und ich bin gespannt wie das weitergeht ich habe gerade parallel nochmal geguckt Australien Einwohnerzahl hatte auch bloß 25,8 Millionen Stand September 21 also ist zwar ein riesiges Land aber da wohnen gar nicht so viele also von daher irgendwas wo wo es deutlich mehr Menschen gibt da hast du natürlich auch eine potenzielle größere Zuschauerschaft ja also da tun scheinbar die Emos die Menschenpopulation dann doch noch begrenzen oder die bösen Kröten die Emo Kriege das hängt noch tief in Australien oder wenn in Australien war das nicht so ein Vogel das war so Vogelstrauß Art ja ganz ehrlich ich habe das bis letztens nicht gewusst ich habe Emo immer für irgendeine Eselart gehalten aber das ist dann doch wohl ein bisschen falsch aber ich glaube so ein Emo kannst du auch reiten wenn du dich traust die sind ja schon riesig die Dinger aber gut wir wir switchen zu Bio Guides ab Bio Guides auch nicht schlecht da schnippelst du dein grünes Gemüse oder genau dann lassen wir haben wir ja auch schon mal gemacht Fauna Guides haben wir auch schon mal gemacht Fauna Guides wobei Fauna Fauna Guides ist ja dann wieder die Tiere na genau naja heute gibt es Hirsch dann hast du da einen Dschungel und auf einmal kommt der Affe von oben runter müsstest du wirklich mal für den ersten April machen so Fauna Guides und dann so gute Videos aller Stevie überwein dann musst du einfach dieses Korkodil nehmen musst du das so niederringen und dann ist das auch gut so ja so sieht es aus Biohack Guides so die Dreh die Möglichkeiten sind ja mannigfaltig heute zeige ich euch wie ihr eure Großmutter gentechnisch verändern könnt aber soll ich euch mal sagen um das Thema noch mal Richtung Timeshift und WTF ist zu zu switchen wieder oder um da wieder zurückzukommen vermutlich mit dem nächsten PopOS werde ich auch nicht mehr B3FS hier und Timeshift verwenden weil ganz ehrlich ich brauche es nicht es ist stabil genug dass ich es noch nie gebraucht habe ich habe mir einfach nur einen Mehraufwand kreiert und durch diese automatischen Snapshots habe ich immer das Problem dass wenn ich ein Update fahre dass mal ganz kurz das Desktop Environment kurz anhält und ich dann die Kiste wirklich für ein zwei Sekunden nicht so wirklich benutzen kann ja ist so eine Sache ne also ich glaube viele haben Timeshift für selbstverständlich gehalten aber eigentlich am Ende es hilft gegen gar nicht so viele Fehler und die meisten Fehler gegen die es hilft die kann man in der Regel relativ easy selber bei das das meiste kommt doch irgendwie durch den kaputten Kernel gefühlt und dann kannst du ja immer noch eine alte Kernel Version über einen Grub booten und dass dir wirklich mal Software das booten verwehrt das also ganz ehrlich ist mir noch nie passiert außer zu den Anfängen mit dem X-Org-Server aber das war auch eigenes Unvermögen muss man sagen also da wusste ich mir nicht zu helfen ja Cosmic Desktop ist der jetzt schon draußen oder ist das also wir hatten das letztes Mal im Stream besprochen also mit ein bisschen Glück wird es PopOS 2412 ich glaube aber dass es 25x wird ich finde es gut dass sie das nicht in die letzte LTS-Version mit reingepackt hätten weil das wäre die sind ja auf Basis 24 4 also die nennen es auch PopOS 24 4 aber wenn es rauskommt genau ich bin gespannt ja gut das werden wir uns nochmal ansehen Snapshot nutze ich auf dem Server ja also da wollte ich nochmal zurückzukommen also auf dem Desktop Timeshift BTRFS läuft alles bei mir viel zu stabil jetzt muss ich aber auch sagen ich nutze keinen Rolling Release sondern eher so einen festen Zyklus da kann es eigentlich kaum passieren und das was passieren kann kriegt man relativ einfach behoben wo ich aber trotzdem weiter auf Copy and Write Dateisysteme Sätze ist nun mal Datenspeicherung also die Langzeitspeicherung gerade dass das sich selber kontrolliert und heilen kann dass man da nicht Daten verliert das ist halt essentiell das ist halt der nächste Schritt aber auf dem Desktop es ist ein Mehraufwand den ich nicht brauche sagen wir es mal so das hat sich rauskristallisiert das ist so das Learning für sich für einen selber auf jeden Fall ja Bigfoot schreibt Backups sind relevant als irgendwelche Snapshots ganz klar ja also ich habe Timeshift wenn dann auch nur würde ich es nur für das System verwenden das nutzen tatsächlich auch Leute für ihre persönlichen Daten und so weiter ich finde dafür ist Timeshift nicht gebaut und da sollte man was verwenden was wirklich dafür gebaut ist vor allen Dingen weil es ja enorm viele Backup Lösungen gibt aber da kommen wir von dem einen Thema ins tausendste so ist das immer das stimmt dann sehen wir uns das nächste Mal ja auf den Tux Tagen ne echt podcast technisch ja stimmt das ja wir verschieben ja dann vom 31. auf den ersten weil Feiertag genau wie ist denn das du hast du hast den ersten als Feiertag schon bei dir war das in Bayern so ich glaube wir haben den ersten als Feiertag ja alle Heiligen haben wir wir haben den Reformationstag Hauke oder haben wir den beide ich glaube schon ich meine wir hatten geguckt und das war so genau also ich nehme das nicht so wirklich wahr aber ja ich auch nicht ich glaube es ist so Hauptsache Feiertag Feiertag oder sonst irgendwas ich habe genug zu tun von daher ist das so egal schon die Sache weil man selbstständig ist dann ist der Feiertag eigentlich egal da kann man den Mittwoch das Bergfest in der Kneipe nochmal richtig zelebrieren vor Halloween gibt es da was bei euch ihr habt ja Halloween immer Feiertag wir in Bayern kennen das gar nicht wir in Bayern arbeiten an Halloween immer noch und dann kann man sich in Halloween richtig schön einen rein zirbeln und dann an Allerheiligen den Feiertag genießen wie dreckreich hier ist es wirklich so du kannst dich den Tag davor richtig abschießen weil du ja Feiertag hast und wenn du dann voll verkatert die Tür den Kindern aufmachst die kriegen Schreck dann brauchst du keine Schminke mehr nee das Zombie-Kostüm gibt es für umsonst hat alles seine Vor- und Nachteile ja das ist halt einen Tag später kann es wieder arbeiten gehen hat jeder was davon absolut schick das wäre doch auch noch was für Tux Trash TV da kannst du denn hier super Verkleidungstipps für Feiertage passt vielleicht nicht so hundertprozentig also so ein abgewacktes Pinguin-Kostüm mit so einer Zigarre im Mund ja als Zigarette oder sowas ja gut ist so ausbaufähig so ist das schön hatten wir ja wieder einen sehr entspannten eine sehr entspannte Runde heute ich hoffe euch hat es gefallen auch achso das ging jetzt an uns ja 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 ich war mir ich war mir unschlüssig von daher genau ja also war wieder eine nette Runde ich hoffe allen hat es jetzt gefallen die so lange noch da live zugeguckt haben und ansonsten genießt es aus der Konserve spult auch vor wenn euch Teile nicht interessieren oder so und ansonsten abonniert natürlich alles kreuz und quer zum Beispiel Micha Saint of Sinner den gibt es jeden Dienstag und Donnerstag bei Twitch genau und dann ja uns beiden Hübschen also Jean und mich gibt es auch jeden Dienstag oder fast jeden Dienstag auf Linux Guides oder Linux Guides Admin und ja linuxguides.de schrägstrich live und auch bei Twitch genau und mich nicht dabei seit letzter Schluss gibt es auch noch gerne abonnieren ich mache eher nicht so viel live aber es gibt jede Woche ein Video in meinem Kanal bei Beertube und bei YouTube gut absolut ja war wieder eine sehr schöne Runde schaut bei den Tux-Tagen dieses Jahr vorbei und ich schalte mich mal ganz schnell stumm weil die Feuerwehr kommt schon wieder die sind zu zeitig da die müssen erst am zweiten da sein zu den Tux-Tagen die freuen sich schon drauf so ist das aber das ist Party genau genau das ist die Party ja genau nee ja war schön dass ihr wieder die Zeit gefunden habt oder wir in allgemein ähm ja wir haben glaube ich schon alles erwähnt das ganze dann nochmal auf dem Tux-Tage-Kanal äh war der erwähnt worden wenn nicht habe ich es gerade damit gemacht da wird das auch nochmal online kommen genauso wie dann die Videos beim ähm bei den Tux-Tagen und ansonsten danke euch beiden danke jedem der gerade live dabei ist und auch dabei war an jeden der sich das dann später nochmal ansieht oder anhört und in dem Sinne sag ich schon mal Tschüss und äh gibt das Wort ab an euch beide nochmal ja dann äh danke wieder fürs Organisieren denn du machst ja die Technik dafür sonst könnten wir das insofern gar nicht machen und äh ja habt eine schöne Zeit insgesamt alle und überhaupt und äh ja bis zum nächsten Mal auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und nein Fireguides wird noch nicht gelauncht und das Rechenzentrum brennt Gott sei Dank auch nicht ich wünsche dich was ciao bis zum nächsten Mal